So, ich versuche die Kamera halbwegs gerade zu halten, das wird mir aber wahrscheinlich nicht gelingen. Ich fange mal hier an. Hier haben wir die Green Mountain Serie, alle neun Teile, da bin ich auch auf aktuellem Stand. Sind auch absolut süße, niedliche Liebesgeschichten, so Richtung Redwood Love. Ich kann euch diese Reihe wirklich wärmstens empfehlen. Dann, ich rutsche mir noch ein Stück näher ran, haben wir hier alles Lauren Blakely, einmal die Big Rock Reihe und die One Love Reihe. Und diese Reihen sind von unterschiedlichen Verlagen, aber es gibt immer wieder Crossover in diesen Reihen. Also ein Charakter aus diesem Buch, kennenden Charakter aus diesem Buch und das geht halt immer so weiter. Und das finde ich ganz, ganz cool. Also das ist eine Liebesgeschichte mit sehr hohem erotischen Anteil. Ja, also falls ihr auf sowas Bock habt, schaut euch die auf jeden Fall an. Ich mag diese beiden Reihen sehr. Ich mag die Geschichten. So, dann haben wir hier noch meine Samantha Young Bücher. Ich glaube, dazu brauche ich auch nichts mehr sagen. Die sind ja auch alle schon etwas älter. Huch! Die habe ich auch schon hundertmal vorgestellt. Das Einzige, was jetzt hier fehlt, ist Play On. Dunkles Spiel, das ist unten im Keller. In meinem, ich glaube, ich sortiere diese Bücher nächstes Jahr aus Karton. Ich habe nämlich einen Karton gemacht, wo Bücher drin sind, die ich nicht behalten werde, weil ich sie wahrscheinlich nie wieder lesen werde. So, jetzt sind wir ganz unten und hier unten haben wir einmal die Bücher von der lieben Jackie. Also Jackie, ihre Bücher stehen jetzt nicht ganz unten, nicht weil ich sie nicht toll finde, sondern einfach, weil diese Self-Publisher-Formate immer nirgendwo so wirklich hinpassen. Deswegen stehen die hier unten. Und ich habe ja leider nicht so viel Platz, dass ich alles nach oben stellen kann. So, dann haben wir also einmal die Jackie-Bücher. Dann haben wir hier noch von Bianca, Josi, Wony, was auch immer geschieht. Von Brittany C. Cherry, verliebte Mr. Daniels, die ersten drei Teile von Cora Carmack's Forever in Love-Reihe und die drei Teile von Cora Carmack's Losing It-Reihe. Das sind auch alles ganz, 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 ganz tolle Liebesgeschichten, die ich euch empfehlen kann. Das sind alles New Adult-Geschichten, die auch wirklich richtig süß sind. Bei was auch immer geschieht, ist es so, dieses Buch kommt nächstes Jahr nochmal neu raus. Als broschierte Auflage mit einem neuen Titel und einem neuen Cover. Ich kann euch gerade nicht sagen, wie der neue Titel heißt. Auf jeden Fall wird das dann auch der erste Teil einer Reihe wohl werden. So, soviel dazu. Hab ich euch gesagt, hab ich euch informiert. Dann haben wir hier zwei Bücher, die so ein bisschen abgefahrener sind. Und zwar zum einen Du bist mein Verlangen. Das ist eine Geschichte, wo der Typ einfach echt mega krass drauf ist. Der stalkt die Protagonistin und hat einen übelsten Beschützerinstinkt ihr gegenüber. Das ist so richtig krass. Aber der ist halt auch irgendwie süß dabei. Also das ist, ich hatte beim Lesen übelst die widersprüchlichsten Gefühle gegen den Typen. Zum einen dachte ich, boah, was bist du für ein krankes Schwein. Und zum anderen dachte ich, ja, aber es ist schon irgendwie süß, was er so macht. Also, ja, das ist so eine richtig abgefahrene Geschichte. Aber die hat mir wirklich auch gut gefallen. Und Nimmich ist ein Buch, wo du den Titel liest und denkst, boah, Bumsbuch. Aber nein, das ist kein Bumsbuch. Also die, klar, die Erotik in diesem Buch ist schon ein bisschen höher. Aber es hat halt auch echt eine richtig süße Geschichte, die hier dahinter steckt. Und mir ist dieses Buch damals runtergefallen. Oder war das das Buch, was im Briefkasten zerstört wurde? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist das hier kaputt. Das ist voll blöd. Aber naja, gut, so ist das. Dann haben wir hier von Carly Phillips die... Ich weiß es nicht mehr, wie die Reihe heißt. Auf jeden Fall sind das alle neun Teile von dieser Reihe. Und da geht es um Football-Spieler auf jeden Fall. Und ja, es sind auch richtig süße Liebesgeschichten mit auch einem sehr hohen erotischen Anteil. Also wenn man diese Cover sieht, denkt man das nicht. Hier so. Ah, die Dare to Love-Reihe ist das. Haha, seht ihr? Man müsste einfach mal das Buch rausnehmen. Ja, aber auf jeden Fall sind das auch Bücher mit einem sehr hohen erotischen Anteil. Also für mich hohem erotischen Anteil im Verhältnis. Dann haben wir hier Show Me the Stars von Kira Mo. Und das packe ich mal beiseite. Da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Das fand ich nicht gut. Das steht noch hier, weil das ein neues Zuhause auch bekommt. Das wollte ich der Janine geben, wenn sie es noch haben will. Und dann haben wir hier von L. Kennedy The Deal. Die Reihe wollte ich auch schon längst mal weiterlesen. Stolz und Vorteil von Jane Austen. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Von Laurie Nelson Spielman. Morgen kommt ein neuer Himmel. War auch eigentlich ganz cool. Neighbors Dearest hat mir auch ganz gut gefallen. Den ersten Teil Stepbrother Dearest habe ich auch gelesen. Den fand ich nicht gut. Der zweite Teil war wirklich süß und auch eine richtig schöne Geschichte. Aber der erste Teil hat mir nicht gefallen. Den ersten Teil der Muncho Brothers Reihe haben wir hier noch. Heartless und Cinder und Ella von Kelly Orem. Das sind so Bücher, die nirgendwo hinpassen. Deswegen wurden die auch nach unten verbannt. So, und ich stelle mal das hier wieder davor. Aber das Buch hier hat mir halt nicht gefallen. Deswegen kann ich dazu nichts weiter sagen. So, ich glaube meine Speicherkarte ist jetzt gleich. So. So, auf geht's in die nächste Runde. Ihr seht jetzt hier, dass mein Monitor reflektiert. Ich habe jetzt den PC angemacht, weil meine Speicherkarte voll war. Yay. Und ich lasse den PC jetzt gleich an, weil wenn ich hier fertig bin, muss ich die Daten eh noch auf den PC schieben. Deswegen wundert euch nicht, wenn das jetzt hier bei diesen glänzenden Covern so ein bisschen reflektiert. Das ist mein PC-Monitor, der jetzt an ist, weil halt die Speicherkarte voll war. Jo, hey. Ich bin wieder perfekt vorbereitet. Ich sage es euch. Ihr kennt das ja nicht anders von mir. Ich bin nur mal ein kleiner Katastrophemensch. So. Kommen wir hier zu dem Regalfach, was wir hier noch haben. Das ist Hardcover-Regal noch. Hier haben wir die Passagetrilogie von Justin Cronen. Diese Bücher, für die braucht man Zeit. Ich habe echt bei diesen Büchern Kopfschmerzen gekriegt vom Lesen, weil da einfach so viel passiert ist. Alter, das war echt krass. Also durch diese Bücher habe ich mich auch ein Stück weit echt gekämpft. Aber es hat sich gelohnt. Die Geschichte ist mega. So. Dann haben wir hier von Ava Reed. Wir fliegen, wenn wir fallen. Auch eine richtig süße Geschichte. Die Rote Königin von Victoria Aviard. Ich habe hier noch den dritten Teil zu Hause. Den zweiten habe ich damals mir nur ausgebockt gehabt. Aber ich habe den dritten. So. Und ich weiß nicht, ob ich den vierten jemals lesen werde. Ich weiß nicht, ob ich diese Bücher überhaupt jemals wieder lesen werde. Aber ich habe den ersten signiert. Da habe ich mich damals zwei Stunden in die Signierschlange gestellt. Und habe mir den signieren lassen von der Autorin. Deswegen möchte ich den nicht weggeben. Deswegen steht jetzt aktuell auch nur der erste hier im Regal, weil ich halt noch nicht weiß, was ich mit dem dritten mache. Ob ich den weggebe. Ob ich den wieder mit dazu stelle. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da gerade sehr hin und her gerissen, was mit dieser Reihe ist. Und ja. Dann haben wir hier noch die Welle von Rick Yancy. Das ist auch so eine Reihe, wo ich rückblickend leider sagen muss, die hat sich leider zum Schlechten entwickelt. Der erste Teil war mega gut. Und du hast die ganze Zeit gedacht, boah, was passiert denn hier? Und dann entwickelt die Reihe sich in eine Richtung, wo ich die ganze Zeit nur dachte, what? Wie bitte? Was ist das denn für ein Rotz? Und ich war mit dem Ende nicht zufrieden. Ich war mit dem ganzen Konstrukt dann ab Teil 2 eigentlich nicht mehr zufrieden. Und das fand ich schade, denn der erste Teil war einfach unglaublich gut. Aber was soll ich den ersten behalten, wenn ich den zweiten und dritten nicht habe? Und ich fand den ersten halt toll. Und das ist auch so eine Reihe, wo ich nicht weiß, was ich mitmachen soll. Naja. Ich kann es mir ja noch überlegen. Noch ist Platz am Regal. Ja. Dann haben wir hier unten keine Hardcover, sondern noch Liebesromane, wo ich nicht wusste, wo ich damit hin sollte. Und zwar haben wir zum einen die komplette Diamonds for Love Reihe von Leila Hagen. Da brauche ich, glaube ich, auch nichts zu sagen. Da habe ich euch auch das ganze Jahr über mit voll gelabert. Dann haben wir hier die Maybe This... Wie heißt denn die? Die Colorado Ice Reihe heißt die. Und da fehlt jetzt noch der dritte Teil. Der ist auch schon draußen. Den müsste ich mir auch mal noch besorgen. Wenn ich nur so viel lesen könnte. Tada. Ja. Auf jeden Fall fehlt hier noch der dritte Teil. Der ist aber auch schon draußen zu der Reihe. Und dann haben wir hier noch die Broken Hearts Reihe von Gina Showwater. Das sind diese Bücher, die ich vorhin erwähnte, wo die Cover extrem hässlich sind. Wartet. Ich zeige jetzt euch. Moment. Die muss ich euch zeigen. Die sind so hässlich. Die muss man gesehen haben. So. Bitteschön. Buch. Ist es nicht hässlich. Das sieht nach übelst dem Bumsbuch aus. Ist es aber nicht. Die Bücher haben mehr Erotik als das. Wirklich. Ohne Scheiß. Und das sieht so nach Bumsbuch aus. Und das ist es nicht. Das sind so tolle Liebesgeschichten hier, diese Reihe. Aber weil die Cover einfach mal so mega hässlich sind, haben die sich halt nicht gut verkauft. Und der Verlag hat dann nach dem dritten Teil gesagt, so jetzt ist Schluss. Wir übersetzen die Reihe nicht weiter. Weil eigentlich gibt es da glaube ich inzwischen sechs oder sieben Teile. Oder sogar acht. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall fand ich es übelst kacke. Nur weil die Cover so hässlich sind und die Bücher sich nicht verkauft haben, übersetzt der Verlag die nicht mehr. Ich fand es so blöd. Das sind so tolle Geschichten. Schaut euch die Bücher auf jeden Fall an. Man kann die Bücher auch unabhängig voneinander lesen. So, jetzt rutsche ich noch einmal rüber. So. Und hier haben wir auch eine Reihe, die nicht weiter übersetzt wurde. Nämlich die The Darkest London Reihe von Kirsten Callihan. Ich glaube diese Bücher sind einfach zur falschen Zeit rausgekommen in Deutschland. Die sind zu einem Zeitpunkt rausgekommen, wo das mit diesen erotischen Fantasy Geschichten glaube ich noch nicht. Nicht so war. Da waren die noch nicht so in aller Munde glaube ich damals. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, dass ich die The Darkest London Reihe von Kirsten Callihan euch wirklich nur empfehlen kann. Das sind Geschichten, die spielen London 18. und 19. Jahrhundert. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Und jedes Buch, also der erste Teil auf jeden Fall ist eine Adaption auf die Schöne und das Biest. Und ich fand die Geschichte einfach großartig damals. Ich fand die richtig gut. Ich fand auch den zweiten Teil richtig gut. Der dritte war so, war nicht mehr so 100% meins. War aber auch eine schöne Geschichte, aber hat mich nicht so begeistern können wie der erste und der zweite. Ja, dann haben wir hier noch von Jennifer Istep meine Bücher. Einmal die Spinnreihe, wo ich jetzt auch mal weiterlesen müsste. Dann die drei Big Time Bücher. Ich glaube die Reihe wird auch erst mal nicht weiter übersetzt. Und dann die drei Black Blade Bücher von Jennifer Istep. Ja, die stehen hier. Ich glaube dazu brauche ich auch nichts mehr sagen. Die Bücher sind auch alle schon älter. Die kennt ihr glaube ich alle zu Genüge. Und ja, dann kommen wir jetzt hier noch hier unten hin. Hier haben wir den ersten und zweiten Teil von Alice im Zombieland. Die Neuauflage. Ich habe den dritten noch da. In der alten Auflage. Den wollte ich auch nochmal irgendwann mitlesen. Und den vierten habe ich jetzt für mich entschieden. Werde ich nicht mehr lesen, weil der vierte ja auch nur quasi ein Spin-off ist. Wie der dritte glaube ich auch. Und eigentlich nicht mehr zu dieser Geschichte gehört. Ja, dann haben wir hier Untot von Kirstie McKay. Das sind richtig lustige Bücher. Wenn ihr lustige Zombie-Geschichten mal lesen wollt, dann lest Untot von Kirstie McKay. Ich weiß nicht, ob da jemals ein dritter Teil erscheinen wird. Keine Ahnung. Aber es ist einfach so unglaublich witzig. Schaut euch das auf jeden Fall an. Dann haben wir noch die Pan-Trilogie von Sandra Renier. Hat mir damals auch sehr, sehr gut gefallen. Der erste Teil, den fand ich großartig. Den zweiten fand ich nicht mehr so doll. Den dritten fand ich kacke. Auch so eine Reihe, wo ich mir sage, Gott, was ist passiert? Es war so gut und wurde dann Müll. Warum? Ich verstehe es nicht. Ja, auf jeden Fall die Pan-Trilogie noch. Und dann haben wir noch Seelen von Marissa Meyer. Habe ich damals auch gelesen und auch sehr, sehr geliebt. Habe ich inzwischen, glaube ich, auch drei oder vier Mal insgesamt schon gelesen. Ist aber lange her, dass ich es gelesen habe. Und ja, ich glaube, dazu brauche ich auch nichts mehr sagen. Und dann haben wir hier noch meine Niki-Sammlung. Also das sind alle Bücher, die ich von der lieben Niki habe. Also von Niki Kiso. Einmal ihr neuestes Buch, Greatest Darkness. Dann den Fuchs-Sammelband. Dann Dragon Fortune 1 und 2. Das ist nochmal Fuchs 1 und 2. Die Sammelbände, die kleinen, wo jeweils drei Bücher drin sind. Und dann den ersten und zweiten Teil von Noel und Noel. Ich habe noch mehr Bücher von Niki, aber die anderen habe ich alle dann als E-Books. Ja, und das war dann das Ganze, was hier jetzt im Büro ist. Und das ist echt megamäßig viel. Ich habe ganz schön viele Bücher, habe ich festgestellt. Und ja, ich zeige euch jetzt noch fix das Regal drüben in der Stube. Und dann sind wir damit hier auch durch. Ich glaube, ich muss das Video oft zweimal splitten, weil das ist echt viel, was ich hier gerade schon wieder gequatscht habe. Obwohl ich es gar nicht wollte. Tada. So, ich sage mal, bis gleich. So ihr Lieben, wir sind jetzt in meiner Stube. Das Licht wird hier einfach nicht mehr besser heute. Ich versuche das dann ein bisschen nachzubearbeiten und heller zu machen. Mal gucken, wie das funktioniert. Aber ja, es ist halt Herbst und es wird halt sehr, sehr früh dunkel. Das ist halt ein bisschen kacke, aber damit müssen wir jetzt halt leben. Also hier stehen die Reihen, die mir so von allen mit am besten gefallen haben, was einfach so meine Lieblinge sind. Und ja, wie ihr seht, Jennifer L. Armontrout steht wieder ganz oben. Ja, Jennifer L. Armontrout. Meine Lieblingsreihe, die Dark Elements Reihe. Dann haben wir hier die Götterleuchten Reihe. Das ist ja das Spin-Off zur Dämonentochter. Und dann haben wir hier natürlich Obsidian und Revenge. Ich glaube, ich brauche zu Jennifer L. Armontrout einfach nichts mehr sagen. Meine Queen, ich liebe ihre Bücher. So, ja, mehr sage ich dazu jetzt nicht. Ich habe über ihre Reihen und Bücher so viel gequatscht schon. Das ist einfach unnötig. Ja, dann haben wir hier die Fire & Frost Reihe von Ellie Blake. Ich fand diese Reihe auch wirklich richtig, richtig toll. Und ich liebe das Cover von diesem Buch. Das ist einfach so unglaublich schön. Ich finde es einfach mega. Deswegen steht es auch so. Tihi. Dann haben wir hier eine weitere meiner absoluten Lieblingsreihen. Das Reich der Sieben Höfe von Sarah J. Maas. Alle vier Bände, die bisher so dazu erschienen sind. Und dann habe ich hier oben drauf noch Stormheart, die Rebellin von Cora Kamek. Ich fand das Buch damals, als es rauskam, auch einfach unglaublich gut. Und ich hoffe immer noch, dass der zweite Teil irgendwann erscheinen wird. Bitte, lieber Gott im Himmel, hab Erbarmen mit uns und lass irgendwann den zweiten Teil bitte erscheinen. Und ja, ich bin da guter Dinge. Und ich fand, das hat farblich ganz gut so zusammengepasst. Deswegen liegt das mir dort, weil es halt ja bis jetzt ja nur der eine Teil ist. Ja, dann habe ich hier noch mein Malbuch von das Reich der Sieben Höfe. Das habe ich auch, glaube ich, schon gezeigt gehabt. Ich habe da noch nichts drin gemalt. Das ist mir irgendwie zu schade, da drin rumzumalen. Oh Mann, das ist voll blöd, ne? Weil man kauft sich das ja, um da drin auch zu malen. Aber ich fand es halt zu schade bisher. So, ich gehe mal eine Reihe weiter runter. So, hier haben wir jetzt die Göttlich-Reihe von Josephine Angelini. Fand ich damals auch ganz, ganz toll. Besonders den ersten Teil lieb ich ohne Ende. Er war so unglaublich gut. Dann haben wir hier die Griecher-Reihe von Leila Dugo. Da hatte ich ja vorhin schon was dazu gesagt. Dann die Götterfunk-Reihe von Mara Wolf. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Wer auf so typische, klischeehafte, stereotypische Jugendgeschichten steht mit Fantasy. Also es ist eine Open Fantasy-Geschichte. Der sollte sich Götterfunk auf jeden Fall angucken. Hat mir mega gut gefallen. Delirium habe ich jetzt mit Annika im Oktober gelesen. Das Buch liegt jetzt nur hier, weil ich gerade noch nicht weiß, wohin mit der Reihe. Und ich sammle die jetzt erstmal, bis wir mit allen drei Teilen fertig sind. Und dann packe ich sie mit rüber. Die bleibt auf jeden Fall nicht hier liegen. Das Buch war okay. Es war eine nette Geschichte bisher. Wir lesen die Reihe auch weiter. Aber es ist jetzt nichts, was mich extrem begeistern konnte. Deswegen kommt das Buch dann auf jeden Fall mit darüber. So, jetzt rutsche ich mal wieder runter. Ich habe zu diesem Regal nicht so viel zu sagen, weil es halt meine so liebsten Bücher mit sind. Und da habe ich euch schon so viel erzählt darüber, dass ihr die halt auch alle schon kennt. Deswegen brauche ich dazu auch nicht mehr so viel sagen. Ja, hier in dem Regalfach haben wir Auf immer gejagt und Auf immer gefangen von Aaron Summerhill. Die Königreich der Wälder-Reihe kann ich euch auch wärmstens empfehlen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Genauso wie die Legende der vier Königreiche. Auch eine unglaublich tolle Geschichte. Das Herz der Kämpferin von Adrian Young ist bis jetzt ein Einzelband. Da kommt aber noch ein zweiter Teil, wo es dann aber, glaube ich, um andere Charaktere geht. Ja, also das ist auf jeden Fall so von der Geschichte her in sich abgeschlossen. Das Herz der Kämpferin kann ich euch auch wirklich wärmstens empfehlen. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Dann haben wir die wahre Königin von Sophie Jordan, was ich ja vorhin bei Infernale schon sagte. Der erste Band extrem gut. Der zweite, ich habe keine Ahnung, was sie gemacht hat. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist jetzt einfach verkackt. Nennen wir es so. Dann haben wir hier Iscari, die gefangene Königin. Iscari, der Sturmnaht und Heartless von Sarah Wolf. Heartless steht jetzt noch da hinten, weil das bisher nur der eine Teil ist, der da bis jetzt rausgekommen ist. Da kommt aber nächstes Jahr der zweite raus. Den möchte ich auch auf jeden Fall lesen. Dann werde ich das Ganze auch wieder ein bisschen umräumen. Aber solange bleibt Heartless jetzt auch mal da hinten stehen. Ich muss ja irgendwie den Platz auch ausnutzen, den ich habe. Und dann haben wir hier Diabolik von SJ Kincaid. Ich glaube, dazu brauche ich auch nichts mehr sagen. Eine wahnsinnig tolle Science-Fiction-Geschichte. Ich liebe es einfach. Nemesis ist eine meiner absoluten Lieblingscharaktere. Ich liebe, liebe, liebe dieses Buch. So, dann rutschen wir nochmal eins runter. Wartet, ich klicke euch nochmal um. Achso, wartet, jetzt muss ich das hier ein bisschen schmaler machen. So, tata. Hier haben wir jetzt noch Adip von Laura Newman. Die beiden Teile als Hardcover. Und dann haben wir hier noch von Marissa Meyer die Luna-Chroniken und White Maze von June Perry. Das ist auch so ein Buch, was eigentlich nirgendwo hinpasst, wenn man es irgendwo ins Regal stellt. Also, das ist... Ah, es gibt so Bücher wie hier, ne? Die passen alle eigentlich ganz gut so zusammen. Und dann hast du hier White Maze, was farblich irgendwie nirgendwo reinpasst. Das ist halt ein bisschen schwierig dann immer. Ja, White Maze ist ein Einzelband. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ist auch Science Fiction. Da geht es um so Kontaktlinsen, mit denen man so Virtual Reality sehen kann. Und die werden dann gehackt quasi. Und ist eine richtig coole Geschichte. Dann, wie gesagt, die Luna-Chroniken von Marissa Meyer, solltet ihr eigentlich auch alle kennen, sind Märchenadaptionen auf Cinderella, Rotkäppchen, Rapunzel und Schneewittchen. Und ja, es ist eine große Geschichte im Endeffekt, diese vier Bücher. Und das hat mir damals auch sehr, sehr gut gefallen. Kann ich euch auch wirklich nur empfehlen. Adept von Laura Newman, sollten die meisten von euch auch kennen. Ist eine Zombie-Jugendgeschichte. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich kann euch Adept da auch wirklich nur empfehlen. Lest es. Das ist ganz, 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 ganz toll. Und ja, dann haben wir hier unten noch. Und zack. Das unterste Regalfach. Hier haben wir Size von mir Schustermann. Da habe ich den dritten Teil jetzt auch schon vorbestellt, damit ich den noch im alten Cover bekomme. Weil die stellen da ja jetzt gerade die Cover um. Und es gibt nur vom dritten Teil in der Erstauflage dieses Wendekover mit dem alten und dem neuen. Dann bekommt man nämlich nur noch das neue. Deswegen, ja, habe ich mir den dritten gleich vorbestellt, dass ich den auf jeden Fall nochmal mit den alten Covern bekomme. Dann haben wir hier die Perfekten von Caroline Brinkmann. Das ist auch eine Dystopie, wo ich am Ende so ein bisschen verwirrt war. Ich habe am Ende gedacht so, aha, okay, ich nehme das jetzt so hin. Ich denke, ich warte drüber nach. Ich nehme das jetzt so hin, dann ist das Ganze okay. Also das Ende hat mich da so ein bisschen verwirrt. Und ja, aber ansonsten ist es eine richtig coole Dystopie. Und dann haben wir hier unten noch Constellation von Claudia Gray, der erste und der zweite Teil. Und da wurde mir letztens auch gesagt von, oh Gott, ich vergesse immer, wer mir was erzählt hat. Ich weiß es nicht mehr. Die eine Booktuberin, wie heißt sie denn? Chatterbooks, glaube ich, war es. Sie hat mir gesagt, dass es bei Constellation so ist, dass der dritte Teil nicht mehr übersetzt wird, weil sich die ersten beiden nicht so gut verkauft haben. Und das finde ich echt einfach immer verdammt schade, wenn Verlage das machen und halt einfach die Teile nicht mehr übersetzen. Weil die, die die Bücher gekauft haben, die warten natürlich drauf, die freuen sich drauf. Und ja, ich werde nie erfahren, wie diese Geschichte ausgeht, weil ich kann kein Englisch lesen. Und wenn der Verlag das Ganze nicht übersetzt, bin ich am Arsch. So, auf gut Deutsch. Es ist halt einfach so, da muss ich auch mal fluchen und schimpfen, weil es ist halt einfach echt immer schwierig, wenn Verlage halt rein dann nicht zu Ende übersetzen. Weil für dich als Leser ist es halt einfach der größte Scheiß. Man kann es nicht anders sagen. Und Constellation ist eine richtig tolle Geschichte. Es ist Science Fiction und der Gedanke hinter der Geschichte, der hat mir auch so gut gefallen. Und es ist einfach so traurig, dass das nicht weiter übersetzt wird. Aber da es mit ganz, ganz tolle Geschichten sind, bleiben die Bücher auf jeden Fall hier liegen. So, und falls ihr euch jetzt fragt, warum das hier unten so dunkel ist, das da ist meine Couch. Also das Regal steht jetzt hier in so einer Nische zwischen Couch und Wand. Deswegen ist das hier unten gerade ein bisschen dunkel. Also falls ihr euch wundert. Und ja, das ist das Regal noch, was hier in der Stube steht. Also wie gesagt, die meisten Bücher kennt ihr ja alle schon, da kann ich auch nicht mehr viel zu sagen. Ich habe in meinen Videos hundertfach über die Bücher gesprochen. Und ja, mehr gibt es jetzt zu meinen neuen Regalen auch nicht zu sagen. Ich bin soweit mit dem Einräumen bisher ganz zufrieden. Und ja, ich müsste jetzt nur einfach mal wieder in meinen Lesefluss kommen, dass ich halt auch einfach mal wieder lese. Dass bei mir der Sub sich halt auch nicht so ansammelt. Und ich werde jetzt am Wochenende, also wir haben jetzt Freitagabend, und ich werde jetzt am Wochenende mal gucken, irgendwie, dass ich mir vielleicht ein Liebesroman nochmal schnappe und noch ein Liebesroman lese. und dann danach irgendwas anderes, aber nicht Fire of... Palace of Fire so rum. Weil irgendwie das Buch spricht mich im Moment null an. Und das ist echt ein bisschen doof. Auch wenn ich es einerseits würde ich es gerne lesen, einfach um die Reihe zu beenden. Und ich will ja auch wissen, was mit Rhea passiert und mit Robin und... Ah, aber andererseits, wenn es nicht mit mir redet, was soll ich machen? Ne? So. Ich hoffe, euch hat das Video ein klein wenig gefallen. Auch wenn es wieder total spontan gedreht war und total chaotisch und unorganisiert und keine Ahnung, was ist. Aber ihr kennt das ja eigentlich nicht anders von mir, weil so bin ich halt. Und ja, ich denke mal, ich werde das Video in zwei Teile splitten, weil es einfach sonst wieder viel zu lang wird. Und so bekommt ihr halt wenigstens zweimal Videos von mir und nicht nur eins. Und ja, ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und gebt mir mal noch ein bisschen Zeit, dass ich wieder zurück zu mir zum Lesen finde und dann bin ich auch wieder voller Power am Start. Und ja, ich sage einfach mal bis demnächst, weil ihr kriegt ja immer wieder ein Update von mir. Ich sage mal bis dann. Tschüss! 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 Tschüss!